Du bist so dumm! Oh, jetzt werde ich crazy, jetzt muss ich richtig durchdrehen. Ich verstehe es nicht! Mit Piss! Was geht, Leute? Willkommen zu dieser wunderbaren Runde Scribble I.O. mit Trimax heute. Zwei Subs von ihm, zwei Subs von mir sind mit dabei. Ihr merkt also, wenn ihr bei uns reinzappt, hat das absolut keine Wirkung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier mit drankommt, ist super gering. Wir spielen heute eine Runde Scribble I.O. Max, hast du Bock? Perfekt, ich würde sagen, wir starten das Spiel. Sechs Runden, acht Sekunden Zeit zum Malen, würde ich sagen. Mit Maus und Tastatur muss er malen, ne? Genau, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Okay, das erste Wort bekommt der gute Kalter Kakao. Du musst aber auch dann schnell raten, Max, du musst raten. Ich rate, ja klar. Ah, hier, type your guess here. Genau. Was ist das? Wann? Wieso ist der immer schneller als ich? Hä? Ne. Hä? Was? Was ist das? Köpfer wäre es gewesen. Ne. Achso, ich muss weiter raten. Was ist es denn? Hä? Äh. Bin ich lost? Boah. Ich weiß es nicht. Springer? Hä? Ja, Max, ich weiß es nicht. Ey, was ist denn das? Wir haben es. Oh Mann, Revi, wir sacken doch schon wieder. Alter. Das sind wir dumm, Junge. Was war es denn? Kann man jetzt wissen, was es war? Becken, Becken. Becken, Alter. Becken. Oh, Digga, das ist doch. Das war wirklich dumm von uns, das war wirklich dumm. Oben steht Hinweis, habe ich nicht gesehen. Okay, was haben wir hier? Schlange. Wieso sage ich das Wort? Bin ich dumm? Warum habe ich Schlange gesagt, Max? Warum habe ich das gesagt? Du bist so dumm. Warum habe ich das gesagt, Alter? Du bist so dumm. Scheiße, Mann. Jetzt hast du es aber trotzdem versagt. Oh, das finde ich toll. Danke, dass du so dumm bist. Junge, ich bin zur Lust, Alter. Bin ich dumm? Bin ich einfach nur dumm? Ja, bist du. Hä? Was? Hä, Digga, ich habe alles eingegeben. Hä? Hä? Stockstamm, was ist das? Was ist das? Okay, ja. Ich habe alles eingegeben. I see. Ah, ist das Stock? Ja, Digga, wow. Wow, Wahnsinn, Alter. Ich habe den ganzen Baum durchgeraten. Dummkopf, du bist dumm. Du bist dumm, Mann. Dummkopf. Hä? Wer malt das? Hä? Boom, Junge. Let's go. Rasiert. Schnauzer ist falsch. Siehst du da oben, wie lange das Wort ist, Max? Scheiße. Es geht mit SCH los. Max, da oben, das Wort ist viel länger. Warum schreibst du Bart, Alter? Bist du dumm? Äh. Lautes Wort ist auch falsch. Was ist mit SCH? Schnurrbart? Ja. Das habe ich noch nie benutzt, das Wort. I doubt it. Ich bin dran. Okay, jetzt geht's los. Das sieht man nicht. Max, was machst du denn da? Was machst du denn? Kann ich nochmal löschen? Nein. Ich mache nochmal neu. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was ist das? Oh, jetzt werde ich crazy. Jetzt muss ich richtig durchdrehen. Jetzt wird es schwierig. Guck mal jetzt. Hä? Boom. Let's go. Hä? Hä? Na gut, gezeichnet von mir. Sieht man sofort. Ich verstehe es nicht. Hä? Hä? Ich hab's gut gezeichnet. Warte. Stepp. Stepp. Schön. Ist close, aber ist doch richtig. Was mache ich denn da falsch? Du schreibst es falsch, Krolle. Du kannst nicht richtig schreiben. Mit B. Mit B. Ich hab zuerst erratet. Mit B. Mit B. Das ist natürlich blöd. Wenn man richtig schreiben kann, ist das Spiel schwer. Mit B. Kannst du doch so gut zeichnen. Mit B, Alter. Mit B. Mit B. Alter, hast du versagt. Mit B. Mit B. Oh! B, Alter. Ich bin so dumm, Junge. Deutscher Autismus. 100 Punkte. Mann, ich hätte... Das waren so wichtige Punkte, Mann. Sprache lernen. Bubble, Alter. Stäbchen in den Chat, Leute. Boom. Alter, bin ich strong. Hä? Arcani ist nicht. Was ist das? Du hast gelbe gesehen. Was ist denn das? Was ist das? Ganz. Was ist das? Bist du... Bist du ein bisschen dumm? Vogel. Ein Vogel. Jause. Das ist Jause. Mit T. Was? Mit T. Hab ich nicht gesehen. Hä? Ja, Junge. Lost, Alter. Hä? Boom. Boom, Junge. Was geht ab, Max? Nee, ich erkenne es nicht. Alter, bist du... Du bist ja wirklich geistig behindert, oder? Oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Wind. Wind. Mühle ist falsch. Wind. Das passt doch nicht, Alter. Max. Ja, ich... Vergiss es. Ich konzentriere mich so aufs Gezeichnete, dass ich da oben gucke. Junge, Junge, Junge. Ich bin völlig ohne Hinweise. Bist du ja so lost? Ist das geil mit dir? Scheiße, Alter. Digga, ich guck da nicht hin. Ich konzentriere mich so aufs Gezeichnete. Was ist das denn mit... Hä? Hä? Sind das drei Wörter? Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Was ist das? Warum drei Wörter? Kalter Gakao cheatet auf jeden Fall. Der cheatet. Der stimmt nicht mehr mit. Man darf nicht schreiben, der ist disqualifiziert. Boom. Ist das Winnie the Pooh? Winnie the Pooh? Wie der Pooh? Wie der Pooh? Was ist denn das? Po der Bär! Po der Bär! Wie der Pooh? Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich hab richtig bescheuerte Sachen bekommen. Guck mal, wie lang das Wort ist schon. Ich rat... Scheiße. Ja, ist halt ein Mensch, ne? Hat den langen Schwanz. Ach Digga, ich kann das doch nicht. Hilf mir, Mann. Was ist denn das? Nee, kannst du nicht erraten. Das ist bisher das Schlechteste. Nee, what the fuck, Alter. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Bratpfannengriff? Nee, das ist das schwerste Wort. Was ist das für eine Scheiße, Alter, Max? Krieg ich jetzt Minuspunkte, weil es keiner erraten hat? Hey, ich weiß nicht, das ist total schwierig. Was ist denn das? Ah, Schriftsteller. Dieser Typ, dieser kalte Kakao, der cheatet so rein, Alter. Der cheatet echt übel rein. Siri, stopp! Mann, mein Sch*** iPad. Siri, stopp! Geil. Ja. Hab noch. Wie fandest du meinen Harry Potter? War der gut? Sah aus wie aus einem Film, ne? Junge, Junge, Junge. Hauptsache, ich bin hier vor dir, Alter. Hauptsache, ich bin hier vor dir. Wo bin ich denn? Was? Bis letzter. Darf man nicht. Man darf nicht schreiben. Vote Kick. Drück auf Vote Kick. Hab ich auch gemacht. Trimaxes Vote Kicking. Kalter Kakao. Revis Vote Kicking. Alle Vote Kicken. Der hat eh geteatet. Der hat eh geteatet. Sonntag ist das Ding und er schreibt Sonntag. Aber als S.O. Das ist einfach ein Mod von dir gewesen, ne? Der wurde einfach vote kicked. Oh, wie geil, Mann. Boom, Junge. Ich wusste einfach, was es wird. Ich hab das Wort vor mir gesehen oben. Und ich wusste, es kann nur das sein. Es kann nur das sein. Weil ich goddamn Mindreader bin, Alter. Ich bin Mindreader, okay? Der ist schon wieder drin, der Penner. Nee, ich find's gut. Jetzt ist er wieder drin und hat null Punkte. Das ist auch wieder dann nämlich die Letzte. Doch, der hat sich die Punkte für Sonnenblumen grad noch gezogen, der Penner. Guck mal. Oh ja, was ist das? Vote Kick. Oh, was? Ich dachte, ich bin's. Einfach nur krass von mir gespielt, wirklich. Sehr, sehr stark von mir gespielt. Sag's mir doch jetzt, bitte. Kann ich ja nicht machen. Ich will, dass du verlierst. Ich will, dass du noch hinter kalter Kakao landest, Alter. Der holt dich jetzt wieder, Max. Es ist ja wirklich sehr, sehr eindeutig, was es ist, oder? Ähm, was ist das? Wer macht denn roten Mensch? Mann, ich hab mir am Anfang verschrieben. Da war ein G. Guck mal, ich wär so schnell gewesen. Wer macht denn einen roten Mensch? Ich bin so, ich bin so behindert. Ich hab Kirche mit CH geschrieben. Kirche! Ich hab Kirche mit CH geschrieben, weil ich es nicht unterscheiden kann in meinem behinderten Gehirn. Weil ich nicht weiß, wie man Kirche und Kirche, wie man das ausschreibt. Dein Gehirn, Junge. Mein Gehirn ist kaputt, ne? Du hast richtig riesige Löcher in deinem Gehirn. Ich sehe dich nicht so groß wie du, du Bot, Alter. Digga, was? Ist der dumm? Hä? Was soll das denn jetzt? Alle wissen's. Hä? Ne! Max, das ist ja wohl super easy. Ja, wow, Digga. Ist das eine Bettpfanne? Ist das Sch***e? Was ist das? Sch***e? Hä? Easy, 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 Junge. Das hat doch richtig schlecht gezeichnet, muss ich sagen. War wirklich bad, oder? Warum malt der denn so langsam? Hat der Legs? Hä? Hä? Ich hab's schon gegessen. Ich hab's ja schon gehabt, ich Idiot. Ich hatte es ja schon natürlich. Was ist das? Ja, er ist einfach behindert, der Typ. Der Typ ist einfach dumm, aber... Das ist ein Votekick. Wieso ist der Erster? Der malt da oben in Deutschland hin. Klar, ist doch Afrika. Ach, Digga. Was heißt denn sein Problem? Davon kannst du auf Twitch gebannt werden, weil das sehr viele Sch*** macht. Was ist das denn jetzt, Mann? Und wieso raten die das denn immer? Was ist denn das, Alter? Und das soll jetzt der Hinweis sein? Du hast eine Kackwurst und du hast eine kleine Kackwurst dran. Was? Ah, okay. I see, I see, I see. Nee, nee, nee. Ich nicht. Ich schon, ich schon. Ja, aber das war echt bad. Also, ja. Der Dominic Bastard, der guckt auf jeden Fall auch mal ins Stream. Der gönnt mir nämlich den Win nicht. Ja, Votekick. So einfach ist das im Leben, oder? Raus mit dem Hund. Raus, raus. Was ist das? Hä? Kann ich gar kaum weiß immer. Die sprechen sich ab. Die müssen gleich mal Votekicken. Was? Du guckst mir das eh her? Ja. Mann, ich vercheck mich. Ich kann nicht so gut aus der Tastatur schreiben. Das ist ja der schlechteste Spider-Man, den ich jemals gesehen habe, Alter. Ja, ist auch wirklich for real beschissen. Junge, ich kann keine Menschen malen. Da ist ja ein Artikel davor, ne? Max. Ja. Und jetzt? Pass auf. Hä? Guck dir das an. Was denn? Wisst du das, was das ist? Was hab ich da gemalt? Oh mein Gott, ist das bad. Ja, ja. Ich hab's. Aber war wirklich bad, Alter. Nee, 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 nee. Komm. Da fehlt, da fehlt ein ganz klares Ding, Max. Was hat eine Frau? Nee, das muss auch ohne gehen. Guck, hab alle geraten. Ja. Ich bin hier dumme wieder. Ich kann mal dazu nicht schreiben, das ist das Problem. Aber wurde eigentlich richtig? Guck mal, mein erster Gäst war eigentlich auch richtig. War aber stark gemalt, oder? Wie mh? Was soll die Scheiße, Alter? Was für mh? Was für mh, Alter? Oh. Hä? Wie lecker aus. Was ist das? Was ist das? Du bist so dumm. Ist auch echt sehr scheiße gemalt. Ja, unglaublich beschissen. Also wirklich. Sehr, sehr peinlich. Wir kleckern uns hier alle nicht so rum, muss ich sagen. Sehr, sehr peinlich. Sehr, sehr, sehr peinlich, Alter. Ich sag Aal, Alter. Ein Aal sieht ja nicht mal anders, weißt du so aus. Juck, du hast Rochen gesagt. Ja, Rochen, Moment mal. Rochen ist so sch... Halt dein Maul, Max. Nee, also Rochen war wirklich das Ultradombe. Als ob das Spiel... Oh! Vote Kick, wer ist das? Man darf keine Zahlen. Der schreibt Assition plus... Plus und... Max, du bist so lost. Was denn? Vote Kick ist gestartet. Warum denn? Darf man nicht? Warum darf man das denn nicht? Weil Kalter Kakao hat dich wirklich wieder überholt. Obwohl du rausgeflogen bist. Ah, den Degen sind auch alle in einem Discord und schnacken. Den Vote kick mir gleich alle. Wir sind nur zu zweit. Max braucht so lange für so ein Wort. Ich kack ab, Max. Was ist das? Hä? Ja, guck mal, wie er... Degen sind halt... Sie chillen halt. Du bist so sch... Warum bin ich denn sch... Ich bin Erster. Was willst du von mir? Ich rasier dich ja grad komplett blank. Das ist so peinlich für dich. Ich würd das nicht hochladen, ne? Wieso malt dieser Behinderte zuerst denn die Flasche? Das ist ja komplett braindead. Sag mal, bist du geistig behindert, Junge? Da musst du... Hey, das war Eis. Alter. Max, warum malst du nicht zuerst die Wein... Das ist das Glas, du Dummkopf. Alter. Junge, 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 Junge. Wieso weiß der das denn schon wieder? Der guckt total deine Streams. Junge. Ich bin einfach ein sehr guter Maler. Nee, komm ich nicht drauf. Vote ich runter. Wollst du deinen Penis eingeben? Teddybär. Junge, bist du... Du darfst das nicht mal. Vote kick. Hör auf! Jeden zu vote kicken, Malakka. Junge. Stark. Stark. Stark, 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 Stark. Stark, Stark. Stark, Stark. Voli kick trotzdem. Akani ist es. Was ist das? Ist das Pferd? Nee. Was ist das für hässliche Sch**te? Pferd. Vier Buchstaben. Alter, das ist ein Hund. Wir haben doch gesagt, Akani ist das weiße... Der hässlichste. Aber das ist ja der hässlichste Hund der Welt. Du sagst Pferd. Guck mal, das sieht doch auch wie ein Pferd, Alter. Akani ist ein Pferd. Hör auf! Hör auf, hör jetzt! Hör auf! Hör das hier die Pferde im Hintergrund! Du kacke, erstmal bockkicken die alle Geil, ich könnte das jeden Abend mit dir spielen Geh richtig befriedigt ins Bett Non-Sexual Ach Digga, wer ist Digga doch zu dir, oder? Junge, nein, keine Ahnung, wer malt denn gerade? Ich weiß es nicht Tjanik? Ich weiß es nicht, Alter Was ist denn das für eine Sch***? Die raten bestimmt mit 16 Mods zusammen Was ist denn das, Alter? Was ist das für eine Sch***? Anhalter Komm, du bist dran, let's go Was ist das denn? Ist richtig Croissant ist es, oder? Ja, fast ist es Croissant Hä? Was ist das denn? Croissant Ich habe es mit AI geschrieben Ich habe extra was genommen, was du nicht schreiben kannst Weil du nicht richtig schreiben kannst Hä? Ist nicht so schwer, finde ich Also ich finde es eigentlich ganz gut gemalt Er schreibt Votekick Max Oh, als zweites Max, ich habe gewonnen, ne? Mit 8.345 Punkten Und du bist letzter mit 5.115 Punkten Max, was sagt uns das? Also ich fand es interessant Würdest du aber nicht normal machen, ne? Doch Okay, aber nochmal mit mir Ja Ja Auch nochmal mit dir Okay Aber ohne die Tipps oben, geht das? Nein, die können wir abkleben das nächste Mal Aber die Tipps sind ja existenziell Also das Spiel funktioniert ja so Leute, das war es von diesem wunderschönen Part Dribble.io mit Max Ich bin raus, auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Weder Mosch Weg 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 Bis zum nächsten Mal.